Moin, servus und hallo, ich zeig euch Dungeon Alchemist, der Mega-Hit auf Steam gerade zum Generieren von Karten für Pen & Paper und für was auch immer ihr sie benutzen wollt. Am Anfang wählen wir digital aus, weil wir wollen das für ein Virtual Tabletop heute machen, nämlich für Fantasy Grounds Unity. Hier könnt ihr einstellen, wie groß die Karte sein soll. Achtung, macht sie nicht zu groß, das Programm kann crashen, wenn ihr eine völlig übertriebene Größe hier nehmt. Und dann wählt ihr euer Grundterrain und dann nehmen wir jetzt mal ganz einfach Dark Parchment, damit wir einfach nur eine schnelle Karte generieren können. Steuerung hier in der Software, rein und raus scrollen mit dem Mausrad, zur Seite bewegen, mit der rechten Maustaste gedrückt und schwenken, neigen mit dem gedrückten Mausrad. Hier ist unser abgesteckter Bereich, den wir jetzt ausgewählt haben. Wir können auch drüber gehen, dann vergrößert er die Karte einfach. Aber so steckt er uns den Bereich ab, den wir nehmen wollen. Hier links habt ihr Presets. Zum Beispiel Ruinen gibt es gerade, das Labor, ein Castle. Und wir nehmen jetzt mal ein Mansion, also ein Herrenhaus. Und jetzt sucht ihr hier aus, was es so gibt als Grundidee, zum Beispiel ein Hallway für einen Gang. Fangen wir in der Mitte an und machen mal so ein Standardflur, ziehen den hier lang, markieren die Felder, die wir nehmen wollen. Und dann drücken wir auf den Haken OK und die AI generiert uns jetzt so einen Raum. Ist immer wieder gut, wie er jetzt hier einfach aufpoppt und da ist. Ihr könnt den komplett mit Items bestücken, wie ihr wollt. Ihr könnt da jedes Möbelstück reinstellen, was ihr wollt. Aber er macht euch halt so einen Grundvorschlag. Und wenn ich hier auf die Refresh-Pfeile drücke, dann macht er das Ganze nochmal. Könnt ihr jedes Mal machen und jedes Mal generiert ihr den etwas anders und neu. Okay. Dann machen wir mal so eine ganz klassische Kreuzung hier rein. Wir teilen das Häuschen einfach mal in vier Zellen. Ob ich jetzt genau die Mitte getroffen habe, keine Ahnung ist. Aber auch wenn, dann nicht so schlimm. So, ihr hattet jetzt zum Beispiel verschiedene Flure. Die könnte man später alle noch angleichen, indem man ihm dann hier eine Auswahl gibt, was er nutzen soll. Aber wir machen das schnell und easy. Wir wollen nur die Grundsachen erstmal erklären. Und zwar machen wir hier das Masters Bedroom mal hin, in dieser Größe. Mal schauen, was er uns hier anbietet. Das sieht doch seriös aus mit so einem schönen Baldachin. Daneben kommt das Lesezimmer, der Study. Zack. Das sieht doch seriös aus. Dann nehmen wir das Wohnzimmer, den Living Room mal hier hin. Der darf gerne ein Stück größer sein, bis hier. Und daneben kommt der Dining Room. Zack, zack, zack. Ist einfach Wahnsinn, wie schnell das Ganze gehen kann. Wenn man mal spontane Karte braucht, wer hat man seine... Na, hier ein Dining Room ohne Tisch, macht keinen Sinn. Gucken wir mal, ob er uns mit zwei, drei Klicks hier einen... Perfekt, den nehmen wir. Na, wenn man so die Spieler kurz mal auf die Toilette schickt, wenn die sich entschieden haben, ähm... Ja, wir machen doch was anderes, als der DM geplant hat. Super, wie schnell man dann eine Map zusammen hat. Die Küche packen wir genau gegenüber vom Dining Room. Ich denke, das macht Sinn. Daneben kommt dann die Bäckerei, die Pain-Tree. So. Und daneben packen wir noch... Ah, warum nicht? Die Wäscherei. Zack. Schon ordentlich viel Platz für eine Wäscherei, aber wer weiß, was die Hausherren hier so verbrauchen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Raum, da kommt noch hin einmal... Ja, das Schlafzimmer für die Servants brauchen wir noch. Ah, nicht übertreiben, nicht übertreiben. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man Fantasy Grounds Unity gewohnt ist, weil man dort mit der mittleren Maustaste zieht und hier tiltet man damit. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber das geht klar. Ein Badezimmer brauchen wir noch. Machen wir ein Badezimmer für unsere Familie und noch eins für die Servants. Jetzt seht ihr, hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier habe ich nämlich... Also was heißt ein Fehler? Aber ich habe die Räume zu kurz gezogen. Das kann ich jetzt einfach korrigieren, indem ich auf den Raum klicke. Hier oben. Edit. Und nehme diese Küche und kann sie jetzt zum Beispiel noch vergrößern, indem ich hier einfach an der Ecke ziehe. Oder ich kann so einen Raum auch komplett überschreiben, indem ich die Küche von hier einfach wieder größer drüber ziehe. Wenn ich sie jetzt doch so lang haben möchte zum Beispiel, dann identifiere ich den ganzen Raum, stell den nochmal neu mit Gegenständen ein und er funktioniert auch. Aber wir wollen das ja relativ schnell und easy machen und so sind wir im Grunde schon fertig. Wir könnten jetzt jeden Raum einzeln noch mit Gegenständen ausrüsten. Ich habe hier Place Objects. Wenn ich zum Beispiel hier noch bei Furniture reingehe, seht ihr, wie unglaublich viel jetzt schon vorhanden ist. Also wenn ich zum Beispiel hier noch ein paar Handtücher haben möchte in meinem Badezimmer, dann kann ich hier hunderte auf den Boden legen. Ich kann die Größe einstellen, wie ich die haben möchte. Ich kann das Item dann duplizieren, wenn ich mehrere haben möchte und kann die ganzen Menschen mit Handtüchern auslegen. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt im 3D-Modus, habt ihr rechts oben so eine Kamera. Da klickt ihr drauf und könnt dann wie bei den Shootern ein bisschen rumfliegen und euch das Ganze nochmal angucken, was es hier so gibt. Zum Beispiel hier einen ziemlich leckeren, geilen Kuchen. Okay, nun wollen wir das Ganze exportieren. Dafür gehen wir auf File links oben, auf Export. Und dann bekommt ihr die Auswahl für welches Format ihr das übertragen wollt. Hier nehmen wir Fantasy Grounds Unity, aber er bietet zum Beispiel auch Foundry und Roll20 schon an oder als Image Only. Dann fragt er uns, wie die Wände aussehen wollen. Da können wir die Perspektive 3D-Wände nehmen, so wie sie jetzt sind. Oder das Ganze zum Beispiel ein bisschen niedriger hier, orthografisch. Dann ist es eben ein bisschen simpler, aber wir wollen mal gucken, alles was geht. Er fragt dich, wie das Licht sein soll. Ob das Lighting schon fix sein soll. Ich kann das auch ausschalten. Oder ich kann es so einstellen, dass es eben im Bild mit drin ist. Und ich die Lichtquelle auch nochmal in Fantasy Grounds oder in Foundry oder Roll20 habe. Das nehmen wir mal. Bildqualität, 300 DPI, das ist fein. Die Exportgröße, alles gut. Das Grid können wir an- oder ausmachen. Ich lasse es jetzt mal aus, weil das kann man ja im VTT wirklich einfach dann gleich noch nachziehen. Und dann drücken wir auf Export. Wir speichern das Ganze mal auf dem Desktop und nennen das YouTube-Test fertig. Speichern. Und dann erstellt er uns eine XML-Datei und eine JPG-Datei. Und mit der machen wir jetzt gleich in Fantasy Grounds Unity weiter. Da sind wir jetzt also in Fantasy Grounds Unity angekommen und wollen die Karte importieren. Das tun wir unter Library und dann unter Assets. Öffnen hier unseren Folder. Gehen auf Images und packen hier in diesen Ordner die Dateien rein, die uns Dungeon Alchemist erstellt. Das sind einmal eine JPG-Datei und die XML-Datei. Können wir kopieren oder ausschneiden, das ist egal. Einfügen. Wir merken uns den Namen einmal kurz. Und drücken auf Refresh. Suchen nach dem Kartennamen. Finden ihn nicht, weil... Ah, okay. Mindestens drei Buchstaben. Understand. Da haben wir sie gefunden. Diese Karte müssen wir jetzt in den Images-Ordner hier nochmal rüberschieben. Von den Assets zu den Images. Also beide aufmachen. Links klickt, drag and drop und in Images ablegen. Dadurch kopiert er jetzt die ganzen Sachen wie das Licht und die Line of Sidewalls, die Fenster, die Türen. Das alles wird jetzt dabei mit reinkopiert. Das kann ein bisschen dauern, weil ich die Karte jetzt super hochauflösend gespeichert habe. Deswegen nutzt die Zeit gerne, um ein Like da zu lassen. Okay, das ging schnell, aber könnt ihr gerne trotzdem machen. Und nun haben wir unsere Karte hier fertig. Ich ziehe das mal immer ein bisschen größer und zoome rein. Und ihr seht schon, er hat diese Karte wirklich schön dargestellt. Die Texturen sind super hochauflösend. Ich kann hier weit, weit rein scrollen. Die Kerze sieht immer noch nett aus. Und man hat ja diesen eigenen Stil hier mit drin. Das ist schon echt sehr, sehr schick und schnieke. Wenn ihr jetzt seht, wenn ich hier auf die Line of Side gehe, er hat alle Wände für die Räume gezogen. Er hat die Türen mit reingeparkt. Fenster sind mit drin. Und das ist halt schon sehr, sehr sweet, weil das nimmt halt sonst immer enorm viel Zeit ein. Und das Lighting ist eben auch korrekt. Ich könnte jetzt die Lichtquellen sehen, wenn ich hier auf die Lampen bei gehe. Zeigt er mir das an? Ich kann die ein- und ausschalten. Ich kann da neue hinzufügen. Wer übernimmt die? Und wenn ich mir mal kurz einen Charakter hier schnappe und den mit reinnehme. Einmal Player Preview Edit. Und ich klicke hier drauf, dann seht ihr, die Standardlichter sind mit drin. Und wenn ich hier lang gehe, die Walls, die Wände funktionieren alle einwandfrei. Das ist schon sehr, 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 sehr schick und arbeitssparend. Also eine tolle Sache gibt es aktuell auf Steam, das Ganze. Ich werde eine ganze Menge Karten davon jetzt demnächst erstellen. Dafür könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server kommen. Verlinke ich unten in der Beschreibung. Da spielen wir One-Shorts, Kampagnen von ganz vielen verschiedenen Spielsystemen. Und ich werde eben auch Karten von Dungeon Alchemist da frei zur Verfügung stellen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut und danke fürs Anschauen.